Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Es ist mal wieder Zeit für ein Q&A. Ich habe euch auf Instagram noch euren Fragen an mich gefragt und werde die jetzt hier heute bei einem gemütlichen Köpfchen in diesem Video beantworten. Ja Leute, ich habe mir gerade eure Fragen auf dem Handy aufgemacht. Wie gesagt, es gab eine Instagram-Umfrage. Falls ihr mich nur von YouTube kennt, schaut gerne mal auf Insta vorbei. Wenn ich da so Umfragen mache, könnt ihr auch gerne eure Fragen da stellen. Manchmal frage ich zu Videothemen, was sollen wir so machen. Manchmal aber auch Fragen für ein Q&A. Heute wie gesagt Fragen zu einem Q&A, aber erstmal ganz kurz zu meinem Setup. Ich rauche den Blue Horse Rio Kiss auf meiner Smokelabs Air Lounge mit der Carbon Rauchsäule, Tauchrohr und Schlauchanschluss mit dem WLKX Mundstück und die Pfeife auf der Pico Bowl von Smokelabs. Oben drauf der ATH Arena Kopf mit einem Callout Lotus 1 Plus. So Leute, wir machen das ganz entspannt. Wir gehen einfach ein paar Fragen durch, die ihr mir so auf Instagram gestellt habt. Zwischendrin einfach mal ab und zu und Zug an der Pfeife. Monkey AFR fragt nach meinen Lieblingsfilmen. Das ist immer eine sehr schwere Frage, um die so spontan zu beantworten, finde ich. Bei mir ist auf jeden Fall sehr, sehr viel von Nolan mit dabei. Beispiel The Dark Knight Rises, also Batman. Sachen wie Inception oder auch The Dark Knight Rises, Inception. Was gibt es noch so? Matrix habe ich unglaublich gefeiert. Und ich glaube noch viele, viele weitere, aber das sind auf jeden Fall so die ersten drei, die mir da in den Kopf kommen. Ivka fragt, schon mal Lungen untersuchen lassen. Bis jetzt tatsächlich nicht. Es war mal ein Familienmitglied im Krankenhaus und dann gab es da so einen kleinen Lungentest, wo man einfach pusten musste. Ich weiß nicht, wie genau die Dinger sind. Auf jeden Fall muss man da so verschiedene Bälle in so Kammern hochdrücken. Da ging alles klar. Ist jetzt aber auch schon wieder anderthalb Jahre her oder zwei. Damals war alles gut. Bis jetzt habe ich keinerlei Beschwerden, aber genau kann ich es euch nicht sagen. Außerdem Leute, wendet euch bitte mit so Fragen nicht an mich. Ich bin kein Arzt. Ich kann euch das nicht genau beantworten. Es ist Rauchen. Es wird nicht gesund für uns sein. Und nur weil es mir gut geht und hoffentlich noch lange gut geht, heißt das nicht, dass das bei jedem der Fall ist. Jeder ist da anders veranlagt. Bei manchen ist es früher, bei manchen ist es später. Man kann es nicht genau sagen, aber Leute, ich bin kein Arzt. Ich kann euch auf Gesundheitsfragen keine genaue Antwort geben. Wenn ihr Schiss vor sowas habt, dann wendet euch an einen Arzt und nicht an mich. Ozyz fragt, was zeichnet für dich einen guten Kopf aus? Aus was für einer Tonart sollte er bestehen? Was für eine Tonart ist mir erstmal gar nicht so krass wichtig. Wichtig ist, dass nicht zu wenig Material dran ist und dass die Depotform für den Zweck von dem Kopf passt. Zum Beispiel der ATH Traverton, der ist aus einem Schamottstein. Das ist ein sehr, sehr schwerer Stein, sehr, sehr feinporiger Stein. Dauert ein bisschen, bis er heiß ist. Hält aber auch sehr, sehr gut die Hitze. Hat aber auf der anderen Seite oben gar nicht so viel Material. Trotzdem ist die Depotform genau so, wie es für den Zweck dieses Kops, für eine eher kurze Session. Also da passen auch nicht so viele Gramm Tabak rein und deswegen eher für eine etwas kürzere Session geeignet. Aber die Depotform ist für den Zweck halt optimal. Es ist eine flache, nicht zu schmale Depotform. Wenn ich dann länger rauchen will, dann greife ich gerne zum Oblaco M, zum Zeus, zum Mahala, zur Harmony Bowl. Da gibt es sehr, sehr viele gute Köpfe. Es sollte kein billiger Ton sein und die Depotform sollte halt passen für den Zweck. Also ein etwas größeres Depot, wenn es ein Kopf ist, wo ich mit mehreren Leuten dran rauchen würde oder länger mit rauchen würde. Wie zum Beispiel Oblaco L oder Ocean 68. Dann gibt es so Sachen, wo ich sage, okay, das ist für einen Satz Kohle so ungefähr 70 bis 90 Minuten für eine Person perfekt. Zum Beispiel Oblaco M, Zeus, Pipapo. Oder wenn ich sage, für eine etwas kürzere Session, so sagen wir mal 50 bis 70 Minuten dann sowas wie der Atheatra werten, in denen dann aber auch nur, sagen wir mal, 11 bis 15 Gramm Tabak rein müssen. Also es sollte ein guter Ton sein, ja, Schamott oder ein anderer guter Ton, aber die genaue Tonart ist mir da gar nicht so krass wichtig, solange der Kopf gute Hitzeeigenschaften hat und das Depot halt so geformt ist, wie es für den Zweck des Kopfs passt. Also az.kmn.zu fragt, wie viele Köpfe hast du insgesamt? Ich sitze hier vor meinem Kopfregal. Ich habe sie nicht gezählt, aber es wird wahrscheinlich eine dreistellige Zahl sein, so Anfang dreistellig würde ich schätzen, also Pi mal Daumen 100, 120. Ich habe noch ein paar in den Schubladen unten drunter, die ich nicht mehr so super oft rauche, die vielleicht für ganz spezielle Zwecke sind oder irgendwie super fancy aussehen, sowas wie der Pikachu-Kopf oder so. Das rauchst du ja nicht jeden Tag, das holst du ab und zu mal so als Gag raus, sage ich mal. Aber insgesamt würde ich sagen, so Pi mal Daumen 120 Köpfe. Der Kado fragt, was war der Grund, warum du mit YouTube angefangen hast? Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich erzähle es einfach kurz nochmal. Ich habe damals mit Pfeife rauchen angefangen, habe schon immer gerne YouTube geguckt, mich schon immer viel auf YouTube informiert und habe damals sehr, sehr viel Atomhamster geguckt. Der gute Jannik hat aber irgendwann aufgehört mit YouTube bzw. kam nur noch ein Video alle 3, 4, 5 Monate und dann dachte ich mir, weißt du was, du filmst eh schon die ganze Zeit gerne, du guckst so gerne YouTube. Mittlerweile hast du dir so viel angeeignet, so viel angeguckt über Shisha, mach doch einfach selbst mal was. Dann habe ich angefangen mit Tabak-Reviews, dann kamen immer mehr Köpfe dazu, immer mehr Pfeifen dazu und so wurde einfach das Wissen über die dreieinhalb Jahre YouTube jetzt mittlerweile, würde ich sagen, relativ groß. Ich hoffe es zumindest, aber es vergeht auch kein Tag, an dem nicht auch ich noch irgendwas Neues über Pfeife lerne oder irgendwelche neuen Erfahrungen mache und so weiter. Also man hat da nie ausgelernt. Aber ja, der Grund, warum ich YouTube angefangen habe, war, weil Atomhamster, mein Lieblings Shisha-Youtuber, damals aufgehört hat. Lukas GL fragt, wenn du nur noch einen Tabak rauchen dürftest, welcher wäre das? Und dann wäre meine Antwort klar, aber Lukas hat auch noch geschrieben, in Klammern, kein Traube Minze. Und damit, lieber Lukas, hast du mich ganz schön in eine Zwickmühle gebracht. Wenn ich kein Traube Minze mehr rauchen dürfte, fällt mir die Wahl wirklich unglaublich schwer. Naja, ich würde wahrscheinlich sagen, ein Darkside-Hola oder ein Must-Have-Lime oder sowas in die Richtung würde ich dann wahrscheinlich nehmen. Ich glaube, es würde auf sowas hinauslaufen. Aber wenn du mir Traube Minze nimmst, wird die Auswahl schon sehr, sehr schwer. Aber ich sage mal Must-Have-Lime. Schobart überlegt, dein eigenes Produkt rauszubringen, fragt Julian Fries. Allerdings, ja, habe ich überlegt, bin ich auch dran und es werden auch Sachen kommen. Es werden auch Shisha-Produkte kommen. Das erste Projekt, was jetzt aber ansteht, ist Merch. Also zum Beispiel das T-Shirt hier, das ich gerade trage. Das ist jetzt noch ein Prototyp, mir ist das Logo noch ein bisschen zu niedrig, das muss noch ein bisschen höher. Und noch so ein paar andere Sachen, die noch verändert werden sollen, bis ich die auf den Markt bringe. Und dann muss ich mir noch überlegen, wo mache ich einen eigenen Shop, vertreibe ich das irgendwo anders. Und wenn die Fragen dann geklärt sind, dann wird es auf jeden Fall als erstes diese Shirts zu kaufen geben. Die Tassen, die ihr so oft in meinen Insta-Stories seht. Aber auch irgendwann Shisha-Produkte. Und es sei so viel gesagt, das erste ist in Planung. Es wird ein kleines Accessoire, sage ich mal. Aber da kommt was. Seid gespannt. So, dann, was auch noch reingekommen sind, sehr, sehr viele Fragen. Wie baut man den Kopf? Wie baut man den Kopf? Leute, YouTube-Videos. Einfach eingeben, Kopfbau und den Namen von eurem Kopf. Und dann findet ihr hoffentlich von mir, aber auch von vielen Kollegen die passenden Videos dazu. Schaut euch das an. Aber Leute, wenn ihr nicht wisst, wie ihr einen Kopf baut, es ist ganz easy. Probiert es erstmal ungefähr randhoch voll oder ein kleines bisschen Abstand zu eurem HMD. Wenn es nicht läuft, spielt mit der Hitze. Wenn es immer noch nicht läuft, baut ihr mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger, ein bisschen fluffiger, ein bisschen angedrückter. Und dann werdet ihr nach ein paar Köpfen schon euren perfekten Kopfbau in diesem Kopf herausfinden, wie es bei euch eben am besten funktioniert. Dann müsst ihr euch einfach ein bisschen durchprobieren. Man kann sich natürlich diese Kopfbau-Videos angucken und dann hat man schon mal so eine grobe Vorstellung, worauf man vielleicht Wert legen muss bei einem gewissen Kopf. Aber im Grunde, probiert es einfach aus, Leute. Nach ein paar Köpfen habt ihr euren Kopfbau raus. Es ist kein Hexenwerk. Man muss es einfach nur gezielt ein bisschen ausprobieren. Macht mal bewusst drei Gramm mehr rein. Macht mal bewusst drei Gramm weniger rein. Bewusst ein bisschen mehr angedrückt. Bewusst ein bisschen fluffiger gebaut und geguckt, was passiert. Und dementsprechend beim nächsten Kopf dann wieder ein bisschen angepasst. Und dann, ihr findet das schon raus, Leute. Ihr dürft nur nicht faul sein. Probiert es einfach aus und dann findet ihr das schon heraus, wie das für euch am besten funktioniert. Joel28 fragt, welches Auto fährst du und warum bist du damit zufrieden? Ich fahre einen alten Mercedes-Benz, eine E-Klasse, W210 mit den 170 PS mit Kompressormotor drin. Ist einer der neuesten aus diesem Baujahr, aber schon ein sehr altes Auto. Ich stehe total auf die alten Benz-Autos. Also ich feiere alte Mercedes-Benz-Dinger übertrieben. Ich bin zwei Meter groß, deswegen E-Klasse. Da habe ich schön viel Platz. Das ist einfach eine rollende Couch. Also für mich super, super nice. Außerdem habe ich den sehr, sehr günstig bekommen, als ich gerade ein Auto gesucht habe. Und dann war die Entscheidung relativ easy. Ich mag Benz, ich kriege einen relativ günstigen, aber noch nice einen Benz, der noch voll TÜV hatte. Und dann habe ich zugeschlagen. Wieso bist du eigentlich von Koblenz weggezogen? Also ich war in Koblenz zum Studieren, habe dann da noch gearbeitet. Dann wurde die IT von der Firma leider geoutsourced und dann musste ich mir einen neuen Arbeitsplatz suchen. Und da ich schon die ganze Zeit wusste, dass ich wieder in meine alte Heimat hier in der Frankfurter Gegend ziehen möchte, war das dann der perfekte Zeitpunkt. Und da bin ich dann auch wieder umgezogen. Also Koblenz war für mich immer nur eine Station und nicht meine Final Destination. Also ich wusste, dass ich nicht in Koblenz bleiben werde für immer. Was war deine erste Shisha-Fakt? Antonio.GBLL Also meine allererste Pfeife war tatsächlich so eine Kiosk-Pfeife. Relativ billig. Ich saß mit einer Freundin im Hof wie so, ey, es wäre schon geil, wenn wir jetzt Pfeife rauchen könnten. Ja. Und dann sind wir in den Kiosk gefahren, haben uns eine Pfeife für 40 Euro gekauft, trockenen Tabak gekauft in den 50-Gramm-Päckchen und eine Packung Selbstzünder dazu. War nicht so geil, aber haben wir wohl gemacht. Meine nächste eigene Pfeife war dann von meiner Stammbar. Die hatten ganz früher am Anfang noch die Nagilem NP-550 oder sowas, das Einschlauchmodell unter der NPS. Und der hatte dann umgestellt auf NPS in dem Laden und hatte dann halt 1000 NP-Pfeifen da rumstehen. Und dann meinte er, ey, willst du eine haben? Und ich so, ja. Und das war dann meine erste Pfeife. Da ging dann irgendwann das Gewinde nicht mehr. Also ich konnte die Bowen nicht mehr abschrauben. Und dann war das Saubermachen halt relativ beschissen. Irgendwann war es mir zu ekelhaft. Dann habe ich gesagt, entweder wir können die jetzt aufdrehen oder es ist halt vorbei mit der Pfeife. Es war vorbei mit der Pfeife, ist kaputt gegangen. Und dann habe ich mir meine erste richtige eigene Pfeife geholt. Und das war damals eine Amy NP-X. Die gibt es heute gar nicht mehr, aber war damals sehr nice. Es war so wie eine Nagilem NPS, nur halt von Amy ein bisschen günstiger und war okay. Also für den Anfang hat die mir absolut gereicht. Welche Pfeife würdest du empfehlen im Bereich 100 bis 200 Euro? Leute, such Funktion auf dem Channel. Ich habe ein Video für meine Pfeife-Empfehlung bis 100 Euro und 100 bis 200 Euro. Also wenn ihr dann eine Pfeife sucht, schaut euch einfach die Videos an. Genauso was meine Kopf-Empfehlung angeht, habe ich auch ein Video zugemacht. Meine Tabakempfehlung kommt alle drei Monate ein neues Top-10-Video. Und auch meine Köpfe, Tabak und Shishas und Zubehör habe ich auch ein Video zu. Und Anfängertipps habe ich auch ein Video zu. Also einfach mal auf dem Channel suchen, Leute. Da gibt es schon sehr viele, sehr nice Videos zu genau diesen Themen. Was ist dein langfristiges Ziel in der Shisha-Szene? Fragt Marius Bader. Eigentlich genau, oh jetzt habe ich hier fast, eigentlich genau dasselbe wie auch von Anfang an. Also Tabak-Reviews machen, sodass ihr vielleicht eher wisst, was ist nice, was ist nicht so nice. Oder im Grunde eigentlich nur, was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht. Aber auch Pfeifen-Reviews, welche finde ich nice, welche finde ich nicht so nice. Das heißt, und overall einfach euch das Shisha-Rauchen vielleicht ein bisschen mehr ans Herz legen. Also die Leute, die eh rauchen wollen und dann meine Videos finden, hoffe ich, dass die alles finden, um gut einzusteigen und direkt ein richtig nice Shisha-Experience zu haben. Aber auch für fortgeschrittenere Leute auch mal irgendwie verrücktere Köpfe zu testen. Zum Beispiel habe ich jetzt neu den Werkbund KMTM, der für ein Overpack gemacht ist. Oder auch so Sachen wie der neue Amphora-Kopf, der halt einfach 50 Euro kostet. Wo man vielleicht schon vorher ein bisschen eher wissen will, worauf man sich einlässt, bevor man sich einfach so einen Shisha-Kopf für 50 Euro holt. Also long story short, auch da einfach euch das Shisha-Rauchen ein bisschen leichter machen. Das ist eigentlich schon alles. Und dabei halt Spaß haben, weil ich mache gerne Videos, ich schneide gerne Videos. Ich bin gerne auf YouTube, ich gucke gerne YouTube. Es passt halt einfach alles. Tabak-Kombination wird oft gefragt, muss ich sagen, ich mich gar nicht so ultra oft. In Deutschland haben wir schon relativ häufig super nice gemischte Tabak-Sorten. Manchmal mische ich verschiedene Darksides untereinander, manchmal mische ich verschiedene Must-Haves untereinander. Aber im Großen und Ganzen mische ich eigentlich gar nicht so viel. Also ich glaube, ich bin ja der falsche Ansprechpartner dafür. Da gibt es andere Leute, die deutlich mehr mixen. Zum Beispiel die Mixing-Series vom Directly Shisha Germany, vom Alex, mit dem ich auch den Podcast zusammen mache. Die kann ich euch dann nur ans Herz legen. Der Alex mischt, soweit ich weiß, fast jeden Kopf. Also zumindest sehe ich bei ihm in der Insta-Story sehr, sehr selten, dass er was pur raucht. Also vielleicht eher da vorbeischauen, wenn ihr Mix-Empfehlungen haben wollt, weil mache ich nicht so oft. Gerade rauche ich zum Beispiel auch den Rio Kiss einfach pur. Ist halt schon ein Mix aus Pfirsich und Maracuja. Ehre frage noch, wie lange kann ich Tabak in der Tabakdose aufbewahren? Auch eine Frage, die sehr, sehr häufig im Livestream kommt. Und da kann ich sagen, Pi mal Daumen würde ich behaupten, drei Monate ohne Probleme darüber einfach probieren. Aber Tabak ist jetzt auch nicht nach einem halben Jahr schlecht. Könnte sein, dass der Geschmack irgendwie 10, 20 Prozent weniger intensiv ist. Aber auch da, Leute, einfach mal testen. Einfach mal einen Kopf bauen und wenn es nicht mehr schmeckt, dann ist er wahrscheinlich nichts mehr. Aber euch passiert dann nach einem halben Jahr oder so nichts Schlechtes. Tabak ist in der Regel immer mindestens ein Jahr haltbar. Meistens aber deutlich länger. Ich glaube, David, also Dölit, hat mal ein Video gemacht, wo er sieben Jahre alten Tabak raucht oder sowas. Also der lebt auch noch. Von daher relativ safe. Probiert es einfach aus. Fabi96J fragt, hast du Angst, dass durch deinen gezwungenen Konsum für YouTube und Twitch dir die Leidenschaft für das Shisha-Rauchen irgendwann abhanden kommt? Habe ich auch schon häufiger drüber nachgedacht tatsächlich. Und ich muss auch sagen, weiß nicht so, Vier-Stauchpfeifen. Habe ich keine große Begeisterung jetzt persönlich für. Aber ich weiß, dass es viele Leute interessiert. Und deswegen teste ich die auch gerne. Wenn jetzt so eine Vier-Stauchpfeife hier ankommt, ist das nicht mehr wie damals, dass ich schon da sitze und auf den Paket-Tracker gucke für drei Tage und einfach nur bete, dass sie schnellstmöglich da ist. Ich freue mich natürlich, wenn sie kommt. Und ich feiere es, die neuen Sachen zu testen. Es ist aber eher eine Begeisterung für die komplette Szene und für meine Empfehlungen und für die YouTube-Videos und Co. Und weniger dann dafür, dass halt noch eine Pfeife da ist. Das soll echt nicht abgehoben klingen. Aber es sind halt mittlerweile schon sehr viele Pfeifen. Und dann ist eine Mehrheit nicht mehr so krass, wie wenn man halt eine oder zwei Pfeifen hat. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite habe ich dann ganz andere Punkte, die ich da dran feiere. Ich freue mich dann einfach, dass ich was Neues wieder testen kann und wieder ein neues Video über eine Pfeife machen kann und so. Das ist ein bisschen anders. Aber ich habe auch immer noch Pfeifen, wo ich sage, die hätte ich gerne einfach persönlich. Zum Beispiel eine Vucanox vergoldet. Das ist immer noch eine meiner Traumpfeifen, die ich unglaublich gerne irgendwann noch hätte und mir auch irgendwann noch holen werde. Die kostet halt nur leider einfach 1.500 Euro. und es ist so ein bisschen verschoben. Also es gibt immer noch Sachen, auf die freue ich mich privat einfach unglaublich. Und es gibt Sachen, auf die freue ich mich, damit ich sie für euch testen darf und euch auch vorstellen kann. Also ich habe da schon ein bisschen Angst vor, aber bis jetzt ist auf jeden Fall alles in Ordnung. Also für jede Pfeife, die kommt, habe ich auf jeden Fall ein gewisses Maß an Begeisterung, sei es zum Testen oder einfach nur, weil ich sie selbst rauchen will. PRBNJHN fragt, wann hast du mit Pfeife rauchen angefangen? Ich glaube, das erste Mal eine Pfeife geraucht, mal dran gezogen war so mit 16, 17. Wirklich angefangen mit Pfeife rauchen, habe ich kurz vor meinem 18. Geburtstag. Die ersten Jahre sind wir immer so zweimal in eine Shisha-Bar gegangen, manchmal vielleicht dreimal die Woche. Und dann wird das immer mehr. Und ich glaube, mit 19 habe ich mir dann meine erste eigene Pfeife geholt oder vielleicht mit 18, halb so Pi mal Daumen. Aber wenn ihr ein Datum haben wollt oder ein Jahr haben wollt, dann würde ich sagen, so ungefähr kurz vor meinem 18. Also vielleicht ein halbes oder ein Vierteljahr vorher. Auf jeden Fall ganz knapp vor meinem 18. Jan fragt, wie bist du aufs Shisha-Rauchen gekommen damals? Es hat bei uns eine neue Shisha-Bar aufgemacht im Ort. Das war noch in Rottgau damals. Da hat die Simba aufgemacht und die wollten wir dann einfach mal testen. Aber man hat gehört, so Shisha-Bar ist jetzt voll nice, so voll cool und voll in. Ja, und dann sind wir da hin. Und das fanden wir auch nice. Und dann sind wir da immer häufiger hin. Und ja, 10 Jahre später sind wir hier. Wie reinigst du deine Smokebox von AndiFlow766? Eine Frage, die auch wirklich extrem oft kommt. Aber es gibt da so viele gute Videos und Story-Highlights zu. Deswegen verstehe ich es nicht ganz, dass die Frage aufkommt. Weil wenn man das einmal googeln würde, dann kommt man auf die Antwort. Aber wie mache ich meine Smokebox sauber? Eigentlich genauso wie Kassel das in seinem Video gezeigt hat. Also Joscha und Janik haben dazu ein Video gemacht. Vielleicht werde ich auch irgendwann nochmal eins machen, damit ich einfach sagen kann, geh mal ein Video gucken. Aber im Grunde ist es relativ einfach. Ich nehme meinen Kopf nach dem Rauchen, schläge die Smokebox in die Spüle, gehe da mit kaltem Wasser drüber, sodass ich sie anfassen kann, nehme dann eine Stahlbürste, die ich mir im Baumarkt geholt habe, für 3-4 Euro und kratze einfach so über die Unterseite, bis da alles weg ist. Manchmal hängt da immer noch so ein bisschen schwarzes Zeug dran. Dann nehme ich mir einfach so eine kleine Schüssel, mache da einfach Leitungswasser rein, lege die Smokebox da rein, lasse das über Nacht liegen. Dann weiche das Ganze ein bisschen auf. Also natürlich nicht das Alu, sondern nur der Schmutz. Gehe nochmal mit der laufenden Wasser mit der Stahlbürste drüber und dann ist alles wieder nice. Was ist die längste Zeit, die du ohne Shisha verbracht hast? Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal im Urlaub war, aber da war das der Urlaub. Wir waren in Sri Lanka mit dem Rucksack unterwegs. Das heißt, man hätte auch keine Pfeife mitnehmen können, beziehungsweise hätte ich sie ja die ganze Zeit im Rucksack mitschleppen müssen. Und da war nicht so viel Platz, vor allem nicht für Tabakanzünder, Kohle und Pfeife und Schlauch und Mundstück. Deswegen habe ich sie daheim gelassen. Wir waren zweieinhalb Wochen unterwegs mit dem Rucksack in Sri Lanka und es ging. Also es war in Ordnung. Wie es heute wäre, weiß ich nicht. Heute würde ich wahrscheinlich die Vape mitnehmen. Kay fragt, machst du neben dem ganzen Shisha-Rauchen auch Sport? Also, früher habe ich deutlich mehr Sport gemacht. Da war ich so vier, fünf Mal die Woche im Fitti. Da war ich auch ganz gut trainiert. Dann kam jetzt so das letzte Jahr eine Phase, wo alles sehr, sehr stressig war. Mit der Freundin zusammengezogen, Jobumstellung, Wohnungen renovieren davor noch. Dann ist YouTube jetzt so abgegangen die letzte Zeit. Und ich muss sagen, da hat Sport krass gelitten. Also ich bin super, super selten mal laufen gegangen. War da aber auch natürlich grottenschlecht, weil es konnte sich gar keine Kondition bilden, weil ich so selten laufen war. Und dann war ich einfach immer nur am Arsch und frustriert, weil es dann nicht besser wurde. Und ich habe mich aber tatsächlich gestern im Fitnessstudio angemeldet. Also heute, wo ich es aufnehme, habe ich mich gestern im Fitnessstudio angemeldet und will da jetzt auch wieder durchziehen. Immer schön ein bisschen länger warm machen. Ich will jetzt nicht krank Cardio machen, aber denkt auch an den wichtigsten Muskeln in eurem Körper, euer Herz. Alte Weisheit von meinem Trainer damals. Ich werde auch ein bisschen Cardio machen, aber hauptsächlich einfach Kraftsport, also ganz normal ins Fitti. Im Moment noch ganz Körper, um wieder reinzukommen, aber dann irgendwann wieder Zweier-Split oder Dreier-Split. Habe früher immer Push-Pull-Beine gemacht. Bin damit eigentlich super gefahren. Habe mir jetzt auch gestern wieder Protein bestellt und Kreatin bestellt und was man halt damals alles so hatte. Vielleicht ein bisschen früh sogar. Direkt beim Start wieder mit Kreatin und Protein anzufangen. Aber was soll's, ich bin da auf jeden Fall motiviert. Will da jetzt durchziehen und habe mich wieder im Fitti angemeldet. Lieblings Darkleaf-Sorte, die nicht in Deutschland erhältlich ist. 100% der Black Currant, also schwarze Johannisbeere von Darkseid. Es ist für mich immer noch eine der krassesten Tabaksorten, die ich jemals geraucht habe. Und es gibt ihn nach wie vor nicht in Deutschland. Und auch wenn der Redberry eine ganz nette Alternative dazu ist, ist er nicht so geil wie der Black Currant. Und ich hoffe, dass er sehr, sehr bald nach Deutschland kommt. Wann das passiert, keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall bei jedem neuen Drop von Darkseid drauf, dass der Black Currant dabei ist. Max fragt, was arbeitest du neben YouTube, Berufsbezeichnung und dein Werdegang dahin? Also, ich glaube, ich habe es noch nie in einem Video gesagt, aber ich habe es auf jeden Fall letztens im 12-Stunden-Stream angekündigt. Ich mache nichts mehr neben YouTube. YouTube ist jetzt mein Full-Time-Job und mein einziger Job. Also, ich habe keinen Nebenjob mehr. Ich mache nichts anderes mehr. Ich mache tatsächlich nur YouTube. Das finanziert sich über die Mitglieder, über eure Einkäufe, über meine Codes, über die Einkäufe, über die Amazon links unten. Aber halt vor allem über die Mitglieder und über die Twitch-Subs, die in den Livestreams reinkommen. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an jenen, der hier eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Und das ermöglicht, dass ich meinen Traum, einfach YouTube-Videos zu machen und Pfeife zu rauchen, da ausleben kann. Ich arbeite trotzdem ziemlich viel im Moment. Ich muss gucken, dass das noch ein bisschen besser auf die Kette kriege, weil im Moment sagt dir keiner so, hast du gut gemacht, Junge, hast du jetzt Feierabend. Passiert halt nicht mehr. Und deswegen passiert es oft, dass ich 10, 12 Stunden am Tag arbeite und dann irgendwie merke so, fuck, okay, Freundin ist schon wieder am Schlafen, Haushalt habe ich auch nichts gemacht, RIP. Aber da muss ich einfach noch ein bisschen reinkommen. Aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass, als ich angefangen habe mit YouTube, hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal mein Job sein könnte. Aber ist mein Job. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh drüber. Deswegen cool, dass die Frage kam. Winter- oder Sommergeiler zum Shisha-Rauchen fragt. Gutschan 0,5. Ich mag beides. Also ich mag sowohl im Sommer draußen im Garten im Pool zu sitzen und eine Pfeife zu rauchen, als auch im Winter gemütlich beim Fernsehgucken im warmen Wohnzimmer eine Pfeife rauchen, während man rausguckt und es regnet und es kalt und drisst. Oder auch im Winter, wenn es schneien sollte. Finde ich schon sehr nice, wenn man da drinnen im warmen Wohnzimmer sitzt und eine Pfeife raucht. Also beides immer. Für mich gibt es da keine besonders gute Jahreszeit. Jede Jahreszeit hat was Gutes. Xehren19 fragt. Hättest du dir jemals vorstellen können, so viele Abos zu haben? Kann ich ganz einfach beantworten, die Frage. Nein, niemals, um ehrlich zu sein. Als ich das angefangen habe, hätte ich nicht damit gerechnet. Und wenn man auch mal zurückdenkt an den Anfang des Jahres, dann waren das da ungefähr 12.000 Abos. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das jemals so schnell gehen kann. Von 12.000 auf mittlerweile über 54.000 Abos zu kommen. Geschweige denn die Idee, dass ich irgendwann von YouTube leben könnte. Eigentlich habe ich es immer ausgeschlossen, dass man mit Shisha-YouTube irgendwann von YouTube leben kann. Aber es hat alles geklappt. Und ich bin sehr, sehr froh, wo ich da jetzt bin auf YouTube. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so krass abgeht. Deswegen auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal ein Riesendanke an jeden, der unten auf diesen Abonnieren-Button drückt. Im Endeffekt ist es nur eine Zahl. Aber es zeigt mir halt letztendlich trotzdem irgendwie so ein bisschen was du hier auf YouTube machst. Das kommt ganz gut an. Das finden viele Leute cool und wollen deine Videos weiter sehen. Deswegen Dankeschön, falls ihr Abonnent seid. Kevin Solbrick fragt, hast du vor, jemals aufzuhören mit dem Rauchen? Also, ja und nein. Also, ich will es auf jeden Fall irgendwann reduzieren. Ich werde jetzt nicht bis ans Ende meiner Tage drei, vier Köpfchen am Tag rauchen. So viel rauche ich im Moment ungefähr. Manchmal sind es auch fünf. Heute drehe ich zum Beispiel gerade drei Videos hintereinander. Plus, es ist jetzt kurz vor sechs und um sieben ist der Livestream. Das heißt, da werde ich auch nochmal zwei, drei Köpfchen rauchen. Das heißt, es werden heute wahrscheinlich sechs Köpfe werden. Aber sozusagen alle für die Arbeit. Weißt du? Also, es ist ja nicht so, als ob ich mich jetzt entspannt hinsetzen würde und einfach so eine Pfeife rauche. Sondern es hat ja schon einen Sinn, warum ich mir eine Pfeife anmache. Und ich würde dann auch nicht sagen, jetzt drehe ich nicht mehr oder jetzt fällt der Livestream aus, weil ich habe heute schon zwei, drei Pfeifen geraucht. Aber ich will es auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen runterfahren. Das heißt, neben den Videos und den Livestreams habe ich eigentlich so den Plan, dass ich mir maximal einen entspannten Kopf am Tag gönne und halt sonst nicht rauche. Um das mit dem Nikotin so ein bisschen auszugleichen, habe ich mir jetzt noch eine Vape geholt beziehungsweise habe die wieder reanimiert. Habe da die Geek Vape Legend 2 beziehungsweise Geek Vape Aegis Legend V2 mit dem Jule Crown. Ich weiß, Selbstwickler ist viel besser, bla bla bla. Ich dampfe nicht so viel und wenn ich dampfe, dann will ich es einfach haben. Und der Crown 4 ist für mich, was fertig gewickelte Coils angeht, einer der besten. Deswegen nehme ich einfach den, bin damit sehr zufrieden. Aber um wieder auf die Frage zu kommen, ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwie mit 35 sage, okay, jetzt rauche ich noch einen Kopf am Tag und mit 50 sage, jetzt gönne ich mir noch zwei Köpfe die Woche und mit 60, 70 oder 80, sollte ich so alt werden, dann irgendwann sage, dann gibt es einen Kopf die Woche oder einen Kopf alle zwei Wochen und dann sitze ich schön auf der Veranda vor meinem Haus, gucke auf den See, die Kinder spielen im Garten und ich sitze da und rauche meine Traube Minze. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wird auf jeden Fall interessant, was die Zukunft bringt. Aber Leute, wenn ich eins gelernt habe, nicht zu viele Pläne machen oder nicht zu genaue Pläne haben. Ihr solltet schon wissen, was ihr irgendwann machen wollt, aber so eins zu eins geht das in der Regel nie auf. Das ist so, ich habe mal ein Video von Casey Neistat gesehen, übrigens unglaublich nicer YouTuber, falls ihr den nicht kennt. Der hat das Leben mit Tarzan verglichen, wie man sich von Liane zu Liane schwingt. Man weiß nie genau, wie weit man mit einer Liane kommt und wo man genau ankommt und ob man nicht mal eine skippen muss oder wie auch immer. Aber im Endeffekt solltest du immer ein Stückchen näher an dein Lebensziel kommen, zumindest so grob. So philosophischer wollen wir gar nicht werden. Könntest du dir vorstellen, dass es irgendwann ein besseres Setup geben wird als jetzt? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Die krasseste Revolution im Rauchen, also ich meine, ich habe angefangen damals mit Funnel. Da gab es dieses Tonkopf-Kamin. Also Kamin kannte keiner, als ich angefangen habe. Entweder man hat einen Tonkopf mit Alu geraucht oder man hat einen Funnel. Damals mein erster Kopf war ein Sapphire Funnel. Den hast du halt mit Alu gebaut. Damals noch mit Mod über dem Funnelloch, weil es gab auch keine Panzer-Alu. Dann hast du die Haushalts-Alu immer angezogen. Long story short, dann kamen Kamine und haben vieles viel einfacher gemacht. Nach der Preis war, dass es nicht so krass geraucht und geschmeckt hat wie mit einem Funnel. Dann kamen irgendwann geile Funnel. Dann kam der K-Laut-Lotus. So Sachen wie der Oblaco, also die ganze Shisha-Revolution aus Russland, die dann so rübergeschwappt wurde mit dem Dark Blend und Co. Ich hoffe, dass wir nochmal so eine Revolution wie den K-Laut irgendwann haben. Finde aber, dass es fast ein bisschen langsam ist in der Shisha-Branche, weil im Grunde, ihr habt einen Kopf in dem Tabak liegt, der muss heiß gemacht werden. Eure Pfeife muss dicht sein und darf keinen Eigengeschmack haben. Und dann ist das halt auch schon das. Aber man weiß nie, ob irgendwann nicht neue krasse Aromen auf den Markt kommen. Ob so ein HMD-Revolutionsding wie der Lotus nochmal rauskommen und so weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und ich hoffe, dass es da was geben wird. Vielleicht kann ich sogar in Zukunft irgendwann mal sowas mitwirken. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Aber long story short, I don't know, aber ich hoffe es. Erst eine krasse Pfeife oder erst einen krassen Kopf mit Smokebox. Auf jeden Fall viel, viel, viel wichtiger Kopf und Kopfaufsatz als Pfeife. Bei einer Pfeife musst du sagen wir mal Pi mal Daumen 72, sagen wir nicht Pi mal Daumen. Du musst nur 72 Euro für eine Pfeife ausgeben. Holst dir einfach bei Shisha Union zum Beispiel eine Aladin MVP 360. Die kostet nochmal 80 Euro. Mit SWG 10 kostet die 72 Euro. Dann hast du Pfeife, Schlauch, Mundstück, Standardkopf, Standardaufsatz. Das kannst du beides beiseite legen. Und dann gibst du lieber nochmal einen Fuffi oder 50, 60, 70 Euro für einen geilen Kopf und eine gute Smokebox aus. Und dann hast du ein richtig nice Set daheim. Das ist eine Edelstahlpfeife. Das heißt, die wird dir lange halten. Die hat einen guten Durchzug. Die hat einen Diffusor. Also ich sag mal so, mit knapp 150 bis 170 Euro hast du ein Set daheim, das du ewig rauchen kannst, weil es basically nichts Besseres gibt. Natürlich gibt es dann größere Pfeifen oder schönere Pfeifen oder besondere Pfeifen. Und das kann dann alles danach kommen. Aber ich würde sagen, erstmal ein guter Funnel, einen originalen Callout Lotus 1 Plus und dazu dann irgendeine gescheite Edelstahlpfeife, die du günstig kriegst, die ordentlich verarbeitet ist und vor allem dicht ist. Und dann passt das. Steven28 fragt noch, wie bist du auf den Namen SWG gekommen? Relativ einfach erklärt. Ich habe damals in der WG gewohnt. Wir haben immer Pfeifen geraucht. Wir wollten einen YouTube-Channel zusammen machen. Also bin ich mal auf YouTube gegangen und habe den Namen SWG angelegt. Bin dann irgendwann umgezogen, bla bla bla, habe dann noch gar nicht richtig angefangen mit YouTube und dachte mir dann irgendwann doch so, okay, jetzt startest du mit YouTube. Und dann hatte ich halt schon den Namen und dann habe ich den genommen und ich fand den auch passend. Ich habe zwar nicht mehr in der WG gewohnt, aber es war halt so, dass immer ganz viele Leute zu mir gekommen sind und wir immer zusammen Pfeifen geraucht haben und deswegen Shisha-WG trotzdem ganz nice gepasst hat. Heute wohne ich auch in der Wohnung mit meiner Freundin zusammen, heißt trotzdem noch Shisha-WG und nicht Shisha-Wohnung. Aber es kommen trotzdem immer relativ viele Freunde vorbei und wir rauchen dann zusammen Pfeifen. Deswegen finde ich Shisha-WG irgendwie immer noch passend. Und wenn man es im größeren Raum sieht, passt es natürlich auch mit den Mitgliedschaften sehr, sehr gut. Weil dann gibt es jetzt Besucher, Mitbewohner, Vermieter und Hausherren. Das fand ich auch sehr, sehr nice. Das hat auch voll gut gepasst und ich bin mit dem Namen eigentlich immer noch zufrieden. Auch wenn ich nicht mehr in der WG wohne. Daniel Bosche fragt, du hast damals gesagt, dass du die Japona Mami Bowl feierst. Rauchst du die noch immer? Ja, ich rauche die noch immer. Muss aber sagen, dass es mit dem ATH-Trawerten hier eine sehr, sehr gute Alternative gibt. Ist meiner Meinung nach ein etwas besserer Ton als bei der Mami Bowl. Die Form von dem Po ist sehr, sehr ähnlich. Und er kostet 10 Euro weniger. Deswegen rauche ich im Moment eigentlich mehr mit dem Trawerten als mit der Mami Bowl. Der Trawerten kostet 25 Euro. Die Mami Bowl wurde ja von 28 Euro auf 35 Euro angehoben. Und da habe ich halt gesagt, so sorry, also 35 Euro Mami Bowl. Ja, war das Original meiner Meinung nach. Aber come on, wenn ich 10 Euro sparen kann und den Trawerten nehme, dann nehme ich den Trawerten. Kevin Da Costa fragt, wie viel kosten deine ganzen Shishas insgesamt? Das ist ein Ding, über das man am besten gar nicht nachdenken sollte. Aber da die Frage jetzt aufkam, ich habe ungefähr 50 Pfeifen und ich würde sagen, im Schnitt kosten die 200 Euro. Das heißt, mit den Köpfen und Co. zusammen locker über 10.000 Euro. Was schon krank ist. Sehr krank. Ja, und ich würde sagen, das reicht auch schon für das Q&A. Aber sowas wird es auf jeden Fall mal wieder geben. Wenn dann deine Frage auch dabei sein soll, auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen. swg.huka Wenn da eine Umfrage kommt zum Q&A, gerne deine Frage stellen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Q&A gefallen hat. Danke fürs Zuhören bei meinem langen Laberausflug hier heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne noch ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut, eure Shisha WG.